Du baust deinen Vorsprung auf Grosjean in jeder Runde um eine Sekunde aus. Wir haben nur noch 5 kg Benzin übrig! Noch 5 kg Benzin! Hamilton führt das Rennen an. Du hast 6 Sekunden Vorsprung gegenüber deinem Hinterwand. Gib Gas! Das war mal letzte Runde 3 Zehntel schneller als du! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Im Moment sind wir ein Leichtgewicht. Es sind gerade noch 5% des Startbenzins übrig. Du bist 5 Zettel schneller als Grosjean. Er fällt zurück. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Benzinreserven gehen zur Neige. Bald sind wir genau im Sollbereich. Schalte möglichst bald den Motor runter. Untertitelung des ZDF, 2020 Lewis Hamilton hat das Rennen heute mit einer eindrucksvollen Demonstration seiner Stärke dominiert und hochverdient gewonnen. Er scheint sich an diesem Wochenende in seiner Mercedes so was von wohl zu fühlen und obendrauf gibt es neben dem Pokal noch 25 Punkte. Das war eine tolle Leistung und das Team wird den Erfolg sicher eine Weile feiern wollen. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal.